Ja, Herr Jepze, hallo, ich bin der Schlepper, ich bin des Leibs BW und ich habe hier den Umgestellten mit mir den Lumi-Dabel am Boden, das ist natürlich das Hafen, und ich möchte Sie gerne fragen, ist das BW-König, ich komme zur Rede für die BW-König hier. Also ich finde es mega wichtig, dass man einfach auf den Seiten setzt, dass wir hier sind, dass wir viele sind, die einfach zusammenstehen, in Einheit werden und die sich nicht spalten lassen. Weil, also meine persönliche Entwicklung, es läuft gerade viel schief aktuell in der Welt und es wird aber trotzdem schon, also es stehen mega viele Menschen auf, finde ich auch super, es gibt ja schon so viele, die da aber wieder Spalten reinbringen, die sagen, ah, mit dem gehe ich auf die Straße und der hat das gesagt und der hat gesagt, so viel will ich mich darzustellen. Und ich denke mir, Leute, es ist uns wirklich mal egal, wir stehen für eine Sache rein, das ist jetzt heute hier für den Frieden und jetzt stellt sich gemeinsam auf die Straße und lasst einfach mal alles andere weg, was der andere für Weihnachten darf, sondern immer noch haben, aber man kann auch so jemanden unterschätzen. Ja, das ist sehr schön. Ja, genau, genau. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank.